Und hier ist sie wieder, die Show der fantastischen Preis. Bleiben Sie dabei, wenn es jetzt wieder heißt, der Preis ist heiß. Diese Show schrieb Fernsehgeschichte. Und jetzt setzen wir ihre Erfolgsstory fort, der Preis ist heiß. Mit Originalmoderator Harry Weinfurt. Ich werde mit meinen Kandidatinnen und Kandidaten wieder jede Menge Kulpspiele spielen. Es stimmt, meine Damen und Herren, das war's. Der Preis ist heiß. Die erste von drei neuen Folgen. Am 4. Mai um 20.15 Uhr sind Sie auch mit dabei.